Friseurscheren gibt es in unzähligen Ausführungen und Preisgefügen. Doch wie erkenne ich unter den zahlreichen Formen und Merkmalen eine wirklich gute Schere? Bei Jaguar und Tondeo unterscheiden wir zwischen vier wesentlichen Faktoren, die die Qualität einer Schere ausmachen. Die Ergonomie bzw. Form, die das Gefühl in der Hand maßgeblich bestimmt. Die Gängigkeit, die durch das perfekte Zusammenspiel von Schraubsystem und Scherenspannung erzeugt wird. Die Schneide, die besonders scharf und gleichzeitig langlebig sein muss. Und den Stahl, der wie ein Fundament die Möglichkeiten für den Aufbau jeder Schere bestimmt. Eine gute Schere ist also ein komplexes Stück Handwerk, in dem zahlreiche Komponenten perfekt ineinander greifen müssen, weswegen wir bei Jaguar und Tondeo jedem Bauteil eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Die Ergonomie einer Haarschere bestimmt das Gefühl beim Schneiden maßgeblich mit. In der klassischen Form liegen die beiden Griffringe symmetrisch aufeinander. Beide Halme haben dieselbe Länge und Winkel. Eine Offset-Schere mit versetzten Scherenaugen bietet eine handgelenkschonende Ergonomie. Diese Position der Fingeraugen entlastet zudem die Arm-, Nacken- und Schultermuskulatur. Mit über 190 Scherenmodellen bietet unser Portfolio für jede Präferenz und Budget das passende Produkt. Und das auch im Bereich der Linkshandscheren, die von jedem Linkshänder aufgrund ihres gespiegelten Aufbaus zu Rechtshandscheren unbedingt genutzt werden sollten. Die Gängigkeit einer Schere ist das Qualitätselement, welches man nicht unmittelbar spürt, aber langfristig einen entscheidenden Einfluss auf den Komfort und die Gesundheit des Benutzers haben kann. Die Gängigkeit bezeichnet dabei den Kraftaufwand, der für das Öffnen und Schließen der Schere aufgebracht werden muss. Sie wird bestimmt durch die Scherenspannung, die durch ein Zusammenspiel zwischen den durchgebogenen Klingen und der Verschraubung erzeugt wird. Unsere hochwertigen Klingen sind von Hand auf 0,01 mm genau durchgebogen. Und unsere Verschraubungen lassen sich so fein einstellen, dass die Schere stets ihre optimale Gängigkeit behält. Für das Schneiden mit einer perfekt eingestellten hochwertigen Schere müssen ca. 100 Gramm weniger an Kraft pro Schließvorgang aufgewendet werden als bei einer preisgünstigeren Schere. In einem Arbeitsjahr kommt so ganz unbemerkt eine Differenz von bis zu 155 Tonnen oder 155 Kleinwagen zustande, die nicht bewegt werden müssen. Der Scherenmarkt bietet Schneidenformen für jeden Einsatzzweck und jede Vorliebe. Dafür bietet unser Sortiment diverse Modelle mit geraden, leicht geschwungenen und geschwungenen Schneiden und dazu passende Blattformen. So runden gerade, konvexe oder dolchförmige Blätter das Sortiment ab. Viel bezeichnender für die Qualität einer Schere ist jedoch die Beschaffenheit der Schneidkante und der damit realisierbare Schneidwinkel. Je geringer der Schneidwinkel ist, desto schärfer ist die Klinge und desto höher sind die Anforderungen an den verwendeten Stahl. Die vollintegrierten, hohlgeschliffenen und rasiermesserscharfen Schneiden einiger unserer Modelle sind zum Beispiel nur mit Verwendung der besten Stähle unter Einsatz mikrofeiner High-End-Verfahren möglich. Der Stahl ist schließlich das Fundament jeder Schere und die Grundlage für ihre Qualität. Wir als Solinger Traditionsunternehmen produzieren ausschließlich in Deutschland und verwenden dazu nur die besten Stähle von ausgesuchten weltweiten Lieferanten, die wir anschließend mit Leidenschaft, Hightech und Handwerkskunst zu unseren einzigartigen Produkten veredeln. Unser Mikrokabit Pulverstahl, der zum Beispiel in unseren Jaguar Blackline und Tondeo Premium-Line Modellen zum Einsatz kommt, vereint eine überragende Schärfe sowie eine extrem hohe Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit mit einem außergewöhnlich hohen Härtegrad. Dazu folgt auf das Schmieden des Stahls eine 48-stündige Wärmebehandlung der Rohlinge, die diese formbar macht. Nach der weiteren Bearbeitung werden die Rohlinge für einen extrem hohen Härtegrad erneut erhitzt und abschließend eisgehärtet. Die perfekte Schere sieht dabei womöglich für jeden anders aus. Aber wir sind uns sicher, wir haben sie im Sortiment.